Oha, ich sehe ja gerade schon fast aus wie Gandalf der Graue oder Gandalf der Weise, aber lasst euch überraschen, willkommen in Mittelerde. Willkommen ihr Lieben bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und wir starten heute einmal in Mittelerde aus ganz aktuellem Grund. Und ich bin hier übrigens unterwegs mit einem sogenannten Hüter. Also die, die mich schon ein bisschen länger kennen, wissen, dass ich auch Online-Rollenspiele spiele. Ab und zu mal, ich habe das ja schon sehr, sehr stark nachgelassen. Aber in diesem Spiel tummel ich mich nach wie vor, denn ich habe einen sogenannten VIP-Account hier. Also ich muss hier nur noch für die Kauf-Erweiterung etwas bezahlen, aber das schaffe ich immer mit Shop-Punkten. Das heißt, ich muss hier überhaupt kein Echtgeld mehr bezahlen, schon seit Jahren nicht mehr. Und kann trotzdem den ganzen Content spielen hier und spiele es auch. Meine Sippe hat mich hier immer noch nicht rausgeworfen. Das finde ich sehr, sehr nett. Die können alle schon auf Level 120. Das kann ich noch nicht, beziehungsweise bin ich noch nicht, denn ich bin Level 100. Also ich bin hier auch so ein bisschen stehen geblieben. Aber es ist hier sehr, sehr nett nach wie vor. Es ist eine tolle Atmosphäre. Ich spiele es immer wieder gerne und ich habe hier auch wirklich viele Accounts. Ich glaube, 14 Stück habe ich hier. Davon sind, glaube ich, 10 im High-End-Content gewesen. Wäre ich jetzt nicht stehen geblieben. Aber der Hemgard hier, der ist der Höhenrenner. Der Höhenrenner ist übrigens ein Titel, den muss man sich hier ganz, ganz hart erspielen. Auch hier gibt es so ein paar Gimmicks im Spiel, wo man so ein paar Titel bekommt für ganz, ganz gewisse Sachen, die gar nicht mal so einfach sind, muss ich sagen. Also für den Höhenrenner hier habe ich ein bisschen gebraucht. Aber ist nicht so schlimm. Ich bin noch ganz gut dabei hier. Aber was ich eigentlich wollte, ich wollte hier in Mittelerde kurz mal zu jemandem rüberchecken. Ich kann hier nämlich porten. Der Hüter hier hat auch so ein paar Ports. Das heißt also, er bekommt diese Ports, also diese kleinen Zauber, wo er sich von Welt zu Welt porten kann. Entweder mit Rufpunkten, also er steht wirklich gut mit der Gesinnung der Menschen von bla bla bla. Oder er hat gewisse Taten irgendwo gemacht. Aber wir befinden uns hier jetzt in den Trollhöhen. Und wir sind hier jetzt in Bruchtal. Ich denke mal, ihr kennt das so ein bisschen aus den Büchern, aus den vielen. Ich möchte nämlich jemanden besuchen hier. Ich habe natürlich auch Reittiere, aber die nutze ich in der Regel gerade mit diesem Charakter eher selten. Weil mich einfach diese Gegend hier so super beeindruckt. Und die Atmosphäre hier ist ganz, ganz, ja sie ist ganz, ganz heimelig. Und die ist genauso heimelig, wo wir jetzt gerade hingehen. Wir laufen jetzt nämlich zum heimeligen Haus. Denn dort wohnt jemand, den ich kurz mal abchecken muss. So heißt das glaube ich im Neudeutsch. Also, oh, der hat sogar noch eine Quest für mich. Aber ich wollte mal sehen, ob nicht noch jemand anders eine neue Quest für mich hat. Also gehen wir hier einmal kurz rein ins heimelige Haus. Und, ähm, oder das letzte heimelige Haus. Und jetzt muss ich mal eben überlegen, wo ich hier nochmal genau hin musste. Ah, das war, ich sehe es jetzt gerade rechts oben. Ich habe, glaube ich, den Achtjahres-Charakter hier aktiviert. Aber ich aktiviere eigentlich immer ganz gerne, dass man mich als VIP sieht. Also andere Spieler sehen, dass ich ein VIP-Spieler bin. Und, ähm, wissen dementsprechend, dass ich glaube schon gewisse Erfahrungen habe. Ich spiele hier alle Rassen und Klassen. Ich habe alle Handwerksberufe. Und ich habe die auch eigentlich in der Regel immer maxed. Weil da gebe ich mir immer sehr, sehr viel Mühe beim Handwerken. Aber ich muss mal eben überlegen, da hinten ist das Haus der Gelehrten. Okay, da muss ich jetzt nicht hin. Ich muss hier ein Stockwerk höher, glaube ich. Um meinen Menschen oder meinen Elben der Begierde hier zu treffen. Das ist der Elrond. Denn den treffe ich hier auch in Clash of Clans. Aber der hat tatsächlich keine neue Quest für mich. Die Elben von Legion gaben, ähm, Morinath, na, oh, ich konnte es gar nicht lesen. Äh, das konnte ich gar nicht lesen. Okay, das war jetzt gerade ein bisschen fix. Das müsste ich nochmal machen. Aber sei es drum, ich war hier jetzt auch schon länger nicht mehr. Und ich glaube, wir porten hier auch wieder weg. Wo könnte ich eigentlich hin porten? Ich denke mal nach Esteltin. Da ist es immer ganz nett. Aber wir porten jetzt nach Clash of Clans, würde ich mal so sagen. Und dann mache ich das auch eben mal. Also sehen wir uns in ein paar Sekunden in Mittelerde trotzdem nochmal wieder. Seid gespannt drauf. So, und da sind wir in Mittelerde. Da sind wir gerade gesperrt in Mittelerde. Okay. Da muss ich Mittelerde nochmal neu laden. Also ich bin hier mit dem Avatar im Clan Mittelerde. Deswegen habe ich heute mal so gestartet. Die habe ich hier aufgenommen. Ganz, ganz nett haben wir in den letzten Clankrieg. Ich weiß gar nicht, gewonnen oder verloren. Keine Ahnung. Denn ich bin hier reingekommen vor Tagen. Nur um die Clanspiele zu spielen. Oh, sie haben gewonnen. Sehr, sehr nett. Dann haben sie doch noch ein bisschen was gerafft hier. Also es gibt hier natürlich die typischen Charaktere. Es gibt hier einen Aragorn. Es gibt hier einen Arwen. Es gibt hier einen Frodo. Und es gibt hier auch einen Elrond. Allerdings muss ich sagen, das ist so ein bisschen verfälscht. Denn es sollte besser heißen, der Elrond sollte eigentlich Herr Elrond heißen. Also er spricht sich Herr Elrond. Und deswegen sollte man ihn auch so ansprechen. Also Namen hier umbenennen. Nur Elrond. Das geht gar nicht hier in Mittelerde. Aber was hier natürlich geht, ist Clash of Clans. Ich finde es wirklich nett. Netter Clan hier. Viel Aktivität. Hätte ich gar nicht mal so erwartet. Und hier spielt glaube ich überhaupt keiner dieses Spiel hier. Was ich eigentlich euch vorher gezeigt habe. Von daher ist das schon ein bisschen außergewöhnlich. Ich habe gedacht, alter, die spielen hier bestimmt auch Herr der Ringe online oder so. Nö, kennen die gar nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Was noch viel, viel schöner ist hier, dass ich hier so ganz autark bin vom Kanal. Das mag ich eigentlich auch. Ich habe überhaupt keine Freundschaftsanfragen. Und ich denke mal, der eine oder andere hat mich vielleicht mit dem Avatar so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber ich habe ihn nicht verloren hier. Denn ich habe ihn natürlich weitergespielt. Gar keine Frage. Und wir müssen auch ein bisschen was tun hier. Zumal ich natürlich auch im nächsten Stream am Samstag wieder auf den Avatar hier rumspringe. Ich glaube, da bin ich auch woanders. Vielleicht bin ich bei euch. Mal sehen. Ich habe da mal so Ideen für den Samstag, Sonntag, wo wir im Stream sind. Da lasst euch mal ein bisschen überraschen, ob ich mal ein bisschen bei euch abhänge, ein bisschen was von euch zeige oder so. Das war schon mal ein cooles Motto. Das war zwar ein bisschen stressig und alle sind dann sauer, wenn ich bei denen dann nicht in den Klang gekommen bin. Aber ich denke mal, dass wir da immer so eine gesunde Mischung finden. Und deswegen hat Arwin das hier sehr, sehr gut gemacht. Also cooler Angriff hier mit den Elektro-Wachen. Okay, werden jetzt alle wieder sagen, ja, Toto, das war ja ein Dip. Ja, ich weiß, das war ein Dip. Aber es waren Dreisteller. Leute, so what? Alles cool hier. Und das gehört auch mit dazu. Aber er war auch ultra knapp. Von der Zeit her habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet. Jetzt sind hier noch zwei Lager da. Ja, aber trotzdem ganz gut. Aber wir wollen hier auch so ein bisschen in Mittelerde rocken. Und ich stelle euch jetzt gleich kurz einmal meine kleine Farmarmee vor. Und meine kleine, aber feine Farmarmee besteht heute aus, mal gucken, wir gehen mal in ein Lager rein. Also wir haben hier, wenn wir auf Info klicken, einmal ein paar, ihr seht das hier, 17 richtig kräftige Orks, würde ich mal so sagen. Und dann haben wir natürlich 123 Goblins, die gibt es auch in Herr der Ringe. Wir haben hier ein paar kleinere Freibeuter und etwas größere Magier. Ich glaube, die gab es da auch. Also natürlich finden wir diese Charaktere auch irgendwo in anderen Games, in anderen Filmen wieder. Und ich würde sagen, wir hauen trotzdem mal in den Sack mit dieser Armee hier. Denn ich muss hier noch ein bisschen was tun. Auch in den Clan spielen. Denn ich bin extra deswegen in diesen Clan reingekommen. Das heißt also, gerade mit dem Avatar suche ich immer ganz gerne, wenn ich aus meinem aktuellen Clan rausgehe, etwas Neues, Aktuelles. Oh, ich suche nämlich Loot. Ich suche Loot hier und den finde ich hier, glaube ich, beim Hector von Inaport BPN. Also 700.000 Gold, 800.000 Elex und mal eben so 5.000 von dem dunklen Zeug. Mal sehen, ob mir der Ring da nicht so ein bisschen behilflich sein kann. Hier ist alles verschossen. Außer der eine Inferno da. Boah, wie machen wir das jetzt? Nehme ich jetzt die Karre eigentlich mal in Anspruch? Ich glaube, ich nehme mal die Karre in Anspruch. Die kann ich hier ruhig verballern, denn das ist so ein toller Clan hier. Da kriege ich in jedem Fall immer wieder eine Karre raus. Und ich würde sagen, wir nehmen hier unsere Orks einmal vorweg. Nehmen hier jetzt die Freibeuter rein. Das heißt also, die, die mir hier jetzt hoffentlich die Mauern aufmachen. Ja, das machen sie da auch. Wunderbar. Und ich glaube, wir können an der Stelle hier richtig krass mal springen. Wir nehmen hier die Helden mit rein. Ich habe jetzt die Queen. Naja, ich habe die Queen gerade gezündet. Ist aber nicht so schlimm. Ein paar Goblins. Die Goblins sind der Hammer in der Ring Online. Keine Frage. Die nehme ich hier einfach mal jetzt mit rein hier. Einmal hier in die Mitte. Und, oh, ich habe hier noch meine Karre offen. Okay, ich habe hier meine Karre noch offen. Dann nehmen wir die hier unten mal mit rein. Dann können die, kann die hier das, das, das Loch mal aufmachen. Und ich muss mal eben schauen, wo ich so ein bisschen, ich muss glaube ich da so ein bisschen friesen. Und muss hier außen mit den Goblins ran, dass die hier das Gold und Elex rauskriegen. Das sieht aber noch ganz gut aus. Hier einmal den Wut geworfen. Na, komm, komm, komm. Ah ja, okay. Da haben wir jetzt nicht wirklich alles bekommen, aber wir haben ganz schön viel bekommen. Ich glaube, wir haben ganz schön viel bekommen. Die letzten drei Goblins hier lasse ich hier jetzt in den Tod laufen. Bam, bam, bam. Da sind sie weg, alle drei. Und wir reggen hier aber relativ zügig nach, denn ich werde jetzt ein... Oh, ist das krass. Eieiei, die haben gut gerockt. Also coole Mittelerde-Armee hier. Und die baue ich aber direkt mal nach. Inklusiv der Zaubervordere Budenwutkarre reicht mir in der Regel. Und dann sehen wir uns hier gleich zum zweiten Farmangriff mit dieser komischen Mittelerde-Armee wieder. Und was ich übrigens am Anfang gesagt habe, dass von Level 100 bis Level 120 bei Hell der Ringe Online nicht weit ist. Dahinter gehört allerdings eine starke Sippe, die dich so ein bisschen unterstützt bei den Quests und bei den ganzen Sachen, die es da zu machen gibt. Also das ist jetzt nicht wirklich viel. Ich denke mal, ich denke mal, einen Monat, dann habe ich das mit zwei, drei Charakteren wieder geschafft und bin dann auch wieder dort im Endcontent und kann mit den Leuten so ein bisschen raiden. Das heißt, in den Gruppen so ein bisschen rumreisen. Aber ich wollte ja diesen Clan einfach mal kurz vorstellen. Mittelerde gegründet. Oh, sie sind schon ganz schön alt. 19.01.2016. Für 18 Aktivhumor etwas verrückt. Müssen wir alle sein. Nein, es ist nicht nur ein Spiel, es ist ein Teil von uns und es sind die Menschen, die sich hinter ihren Dörfern verstecken. Ja, das ist auch in Hell der Ringe Online so. Denn ich kenne dort auch damals die wenigsten aus dem RL, also aus dem Real Life, sondern tatsächlich irgendwo nur virtuell aus unserem Clan, aus unserer Sippe, aus unserem Forum, die wir hatten. Also wir hatten dort, oder wir haben, glaube ich sogar, dort eine starke Webseite und wir sind in einem sogenannten Rollenspieler. Oder ich bin in einer Welt, wo man Rollenspiele spielt. Das heißt also, man sagt nicht einfach so, hey, kannst du mal, hey, machst du mal, Digga. Sondern dort geht es schon ein bisschen gesittert dazu. Also mit den Sprüchen hier prall ich da total ab, sondern ich muss schon sagen, wer da her, könntet ihr mir etwas Loot zur Verfügung stellen, sodass ich euch irgendwann mal zurückgeben kann. Oder ihr holt es euch einfach von mir zurück. Das sei mal dahingestellt. Aber so spricht man da in der Regel. Das heißt also, es ist so ein bisschen, ein bisschen Schleimerei. Ist natürlich auch dabei. Aber so ist das im Rollenspielerjargon. Und ich würde sagen, der Mussi hier, der hat genau das, was ich suche. Vielen lieben Dank, werter Herr, werte Frau. Ich weiß nicht genau, was ihr seid, aber ich werde euch jetzt überfallen. Seid nicht überrascht, dass ich euch vielleicht etwas von eurem kleinen Reichtümern nehme. Und deswegen gehen wir hier jetzt auch rein. Aber ich nehme jetzt mal nicht meine Karre hier, sondern ich nehme nur meine Orks hier mit rein. Und meine ganze Freibeuterarmee hier. Also erstmal die Magier. Die gibt es ja auch in Herr der Ringe. Da hat jetzt schon der Minenwerfer geschossen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt nehmen wir hier Queen, King. Und auch ihn hier mit dazu. Wir können hier, glaube ich, hier einmal springen. Einmal ganz fix jetzt die Goblins hier gesetzt. Denn die sollen sich richtig was weghauen hier. Die Base ist ja geschlossen. Ich glaube außen, denke ich mal, sind dort die... Oh, mein King hat schon erwischt hier. Schade eigentlich auch. Ich muss hier, glaube ich, den hier muss ich mal friesen. Und dann nehmen wir den nochmal in Wut hier, dass die mir das Rathaus da leider nicht wegholen. Ah, die holen mir das Rathaus nicht. Das gibt es nicht. Okay, die holen mir das Rathaus leider nicht. Und die gehen jetzt auf das dicke Lager da. Das war mal ein Griff, ja, ins Klo, würde ich mal so sagen. 27 Prozent, der kriegt nicht mal ein Schild. Der gute Kollege hier aus Mittelerde. Naja, ist nicht ganz so schlimm. Gehört auch dazu. Ist manchmal auch ein bisschen schwierig hier. Reden, Farmen, Angreifen, Erzählen. Und, ja, da hat das überlebt. 27, naja. Mal sehen, wie viel wir noch abgeluchst haben. Oh, wer. Das ist unterirdisch. Das Elex ist unterirdisch. Aber das Gold ist in Ordnung. Das kann ich im Moment, glaube ich, ein bisschen besser gebrauchen. Denn ich muss noch meine defensiven Gebäude hier so ein bisschen nachholen. Also machen wir hier ganz piano weiter in Mittelerde. Ich hoffe, die kurze Folge hier mit dem Ausschweifer mal in ein ganz anderes Game. Da schweife ich jetzt noch öfter mal hin. Das werdet ihr sehen. Hat euch ganz gut gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns. Ihr seht noch ein Video am Samstag vor dem Livestream. Ich freue mich total. Ich bin richtig gut vorbereitet. Habe schon mal heute ein bisschen eingekauft. Muss man ja auch machen. Ein bisschen essen, ein bisschen trinken. Und ich würde sagen, bis dahin. Euer Toto. Flasht. Flasht. Ich bin richtig Appal pienstern. Bis zum nächsten Mal. Schönen